Wir sind um 5.52 Uhr zu einem Gebäudebrand F2 alarmiert worden. Ansatzstichwort war Brennt Lagerhalle Unterstand mit Maschinen. Als wir eingetroffen sind, hat das Gebäude schon im Vollbrand gestanden, also ein Teil des Gebäudes, die Lagerhalle, der Werkstattbereich noch nicht. Ein Fahrzeug war noch mit involviert und wir waren mit 40, 42 Einsatzkräften im Einsatz und haben es vorher relativ schnell unter Kontrolle bekommen. Ja, im ersten Moment war die Wasserversorgung etwas schwierig, aber wir konnten dann durch die Nähe zum offenen Gewässer relativ schnell eine gesicherte Wasserversorgung herstellen. Von der Seite her ging es ganz gut. Das ist erkannt worden, allerdings nicht ganz so schnell, weil, wie gesagt, der rechte Gebäudeteil war schon komplett im Vollbrand, als wir hier angekommen sind. Ja, von der Seite her, frühere Alarmierung hätten wir mehr retten können. Ja, von der Seite her, frühere Alarmierung hätten wir mehr retten können. Ja, von der Seite her, frühere Alarmierung. Das ist das Taub撮 mächtig, dass wir nicht mehr retten können. Ja, von der Seite her, frühere Alarmierung in der Erde verbrechen sind. Ja, von der Seite her, frühere Alarmierung